Ich sag mal so, da wird auf jeden Fall sehr, sehr viel gezockt, aber so macht man das, hab ich auch gehört am Feiertag, Battlefield 5 in Drainix Mode, wow, Zucker, Zucker fängt gut an wieder, drei Dinge, ich hab die Kamera umgestellt, genau, klasse, Kamera, eigentlich wollte ich hier oben Peace machen, Kamera steht jetzt hier, find ich bisschen geiler, ehrlich gesagt, oh shit, hast du den getroffen, und noch einen, alter, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Kamera da lassen soll, oder wieder nach oben, ey, ich wollte die wegstellen, damit ich die nicht die ganze Zeit da oben sehe, aber jetzt, wenn ich irgendwo rein zeigen will, zeige ich nach oben, Hä, wo ist denn, geht er hier im Revier, oder was, Guck, ich bleib auch drauf, anstatt nacheinander zu feuern, ich mach so viele Noobfehler die ganze Zeit, aber, ich weiß ja, und ich werde dran arbeiten, aber, was soll man tun, Nobel, der Chair, die Perspektive ist geil, also vorne, danke auch an dich, und vor allem ist das Peace-Zeichen dann geil, Toaster, hier könnte auch deine Werbung stehen, ey Leute, übrigens was anderes, ich brauch Ding, Basketball-Trikots, falls jemand einen guten Shop hat, am besten College-Basketball-Trikots, keine teuren 100 Euro NBA-Trikots, ich brauch geile Basketball-Trikots, ärmellos, so, babab, am besten jeden Abend für jeden Stream neues, wenn es reduzierte NBA-Dinger sind auch, aber, wie gesagt, ich hab halt kein Bock, 76 Tacken für ein Basketball-Trikot, dem hab ich seine Hirnwindung weg jetzt hier, ja, ok, es war ja so klar, ach, da liegt er, guck mal, ey, diese Camper, man, so, Jungs, ich geh mal allein auf B und klär die Sache jetzt, auf halbem Weg hängen geblieben, Payne, danke fürs Redden, Alter, ey, aback, ey, yes, Alter, Toaster, hast du den gesehen, Alter, hast du den gesehen, du, hast du den gesehen, lockerflockig, oh, hast du den gesehen, Toaster, sag mal, ne, ich muss, glaube ich, echt machen, wie die anderen auch, einfach in die Ecken, äh, äh, der war zu schön, Digga, hast du den gesehen, der wollte sich zu mir lockerflockig auf den Schoß legen, papp, 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 oh, shit, was ist gerade los, oh, Granate, Granate, Digga, was denkst du, bald gibt's hier erst reines Gameplay, das wär ja was, ganz was Neues, also, wenn International Dudes denen ihre College-Sachen anhaben, ist doch, da muss es doch irgendeinen Shop geben, Alter, oder ich bestelle halt wirklich bei irgendeinem amerikanischen Merchandise, ja, genau, das meinte ich auch, dann dauert es halt wahrscheinlich, bis das geliefert wird, so, das hier, ich war bei einem Homie 1997, 1997 und hab mir da, war so in einem Outlet, in einer Mall, es gab so einen Doppel-XL und ich hab das, ich trage das immer noch, Mann, und ich brauch irgendwie College-Shit, Alter, Basketball-College, so, mit so Ärmel-Märmeln, ich hab mir, geil, Alter, ey, was meinst du mit Kollege, das ist jetzt Kollege von Kollegen, oder was, guck mal hier, fand ich nämlich auch geil, North Carolina, North Carolina-Trikot für 150 Euro, Alter, hier, Kansas, das wär geil, Kansas mit der Nummer 1, Alter, 80 Euro, Miami, auch geil, Alter, oh, Sale, 64, also, ey, welcher Kollege, Alter, Vater, ja, okay, der Tiger 1 hat uns weggezirbeln, ja, okay, Tiger 1, du bist ein krasser, du bist ein ganz krasser Panzer, ich frag mich echt, warum diese, warum diese Basketball-Trikots alle so teuer sind, ich check nicht, wieso das lustig ist, das ist auch die Hauptsache, Jamil, Lachen ist gesund, ey, oder Alba Berlin-Trikots wollte ich auch schon holen, aber Alba Berlin-Trikot kostet auch noch, keine Ahnung, Alter, ein 60er, ey, am besten wär halt ohne Ende verschiedene Trikots, Mann, dass ich jeden Abend einfach ein anderes Ding an hab, ja, okay, du legst dich dahin, denk mal, ciao, Bello, Alter, ich muss dann Homie dich wiederholen, und auch ciao, Bello, ey, es war eine geile Runde, Mann, es war richtig nice, Statistik, 15, nee, 17 Kills, Alter, boah, das ist für mich krass, Mann, wie man sich freut, wie so ein kleines Kind, Alter.